Musik Im zweiten Teil des Gesprächs werden wir erfahren, was es für die beiden schwierig macht, den Einfluss und die Kontrolle über Menschen aufrechtzuerhalten. Das halte ich für noch interessanter. Sie meinen also, in einer Therapie kann man lernen, zwanghafte Gedanken und Verhalten zu verändern? Ja, hallo, schon mal was von der Kraft der Gedanken gehört? Die nütze ich für meine Zwecke ja auch nur zu gern. Es ist doch klar, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob ich auf einen bewussten, reflektierten und informierten Geist treffe oder meine Kraft ohne Widerstand entfalten kann. Es schwächt Sie, wenn Sie bei Ihrem Treiben beobachtet werden. Ich fasse zusammen. Zu erkennen, wie viele Dinge es im Leben gibt, auf die Sie keinen Einfluss haben, schwächt Sie. Gezielt hinsehen, wo Sie sich nicht breit gemacht haben und dann auch noch mit Freunden, Kollegen, Partnern, Kindern über Sie reden, schränkt Ihren Spielraum ebenso ein. Alles nur mögliche kleine Schritte. Ich habe es mir in meinem Arbeitsplatz im Gehirn ja schon gemütlich gemacht. Durch meine ständigen Übertreibungen und meine permanente Einmischung dränge ich mich immer wieder vor. Sie sprechen ja auch von ganz kleinen, abgegrenzten Bereichen, auf die Sie Einfluss haben. Das ist meine Spielwiese. Wenn es Menschen gelingt, ihre lebenserhaltende Furcht und Vorsicht vor realen Gefahren von mir, der Angst und Panik, wie ich diese Wörter liebe, zu unterscheiden. Wenn Sie mich als erlerntes Verhalten erkennen und benennen, dann reibt meist sehr schnell der Entschluss, etwas gegen mich zu unternehmen.